Hast du Schiss? Vor was hast du Schiss? Irgendwas hat er hier. Man weiß halt nicht, es kann auch gut möglich sein, dass der Wildschweiner entdeckt hat. Aber hier ist nur so ein Jägerstand, hier ist gar kein Durchgang. Bei uns hatten sie eine Zeit lang jemanden, der exzessiven Vandalismus betrieben hat. Weil ich bin noch mit ihm raus und habe gedacht, warum sind die ganzen Jägerstände umgefallen? Ja, das hat er ja gar nicht gestürmt. Und dann stand in der Zeitung, dass irgendein, vermutlich psychisch kranker, ich weiß es nicht, oder sie haben es geschrieben, psychisch kranker, dass er die Dinger umgeschmissen hat. Aber warum auch immer, klären kann ich mir das nicht. Er wird wohl seine Gründe dafür haben. Ob das gut ist oder nicht. So werden wir dahingestellt. Auf jeden Fall stand ganz groß in der Zeitung. Die Polizei hat den Täter gefasst. Held, ne? Held'n, ne? Das war's für heute.